Schuwer aufspiessen Das sieht jetzt eigentlich wieder echt einfach aus Okay Recht einfach, sagte ich Aber Vielleicht ja doch recht einfach No Oh Okay, etwas Neues herausgefunden Interessant, interessant Tool, Werkzeug Tool, Werkzeug Und jetzt Werkzeug Musik 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 Ich schätze mal, das hat irgendwie was Damit zu tun Damit zu tun Dass Wir etwas in Brand stecken Oder auch nicht So Wahrscheinlich muss man das hier einfach Irgendwie Weg No Ich wäre zumindest hier oben drauf Wie auch immer ich das geschafft habe Vielleicht muss man das eben Den anderen Weg machen Und jetzt Komm Komm Kannst das doch aufheben Musik Schnell Musik 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 Trem Untertitelung des ZDF, 2020 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 das heisst im Umkehrschluss wir müssen alle drei auf einmal mitnehmen damit wir hier hochkommen nice das war jetzt gut überlegt damit könnten wir also jetzt schon hier hoch aber da fehlen uns wahrscheinlich noch mehr Kisten Collapse zerbröckeln I see I see I see nicht doch ich sehe es ich habe es gesehen den Block hier kriegen wir so hier hoch den anderen nehmen wir über diesen Stein mit nice geschafft ging ja wieder ganz einfach andere Levels sind recht schwierig aber dafür andere recht einfach schon irgendwie interessant ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann ich habe es glaube ich schon ich habe es glaube ich schon gesehen ich habe es nicht gesehen ich kann ich kann ich kann nicht ich kann ich kann ich kann ich kann auch nicht. Da haben wir jetzt wieder so eine Situation. Okay, waaait. Maybe? No. Maybe? Maybe? Come on. Wieso? Ja, ne? Okay, ich hab's glaube ich. Ich glaube ich hab's. Wait. Hehehe, ausgetrickst. Nice one. Nice one. Okay, offensichtlich braucht man da gar keine Kisten mehr. Shoulder tragen. Okay, das ist auch wieder so ein Klotz. Zwei von diesen Klötzen, die zerbrechen. Das heißt, im Umkehrschluss. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Weißt du, wieso kann der Typ nicht einfach die oberste Kiste nehmen. Das ist ja so doof. Ja, schön. Ich bin jetzt hier oben. Und jetzt bringt mir absolut gar nichts. Man darf die nicht aufeinander stacken. Die zwei davon aufeinander stecken. Wenn da das eigentlich kein Problem darstellen sollte. No. Wie zum... Teufel. Soll das gehen? Hier braucht man zwei. Eins, zwei, drei. Sobald man hier rüber läuft, ist diese Bock Geschichte. Sobald man hier. Das war's. Sobald man hier. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich habe es gesehen. Wie mies. Mies. Miese Sache, miese Sache. Ditch wegwerfen. Okay. Das wird jetzt interessant. Wegwerfen. Okay, I see, I see. Okay, I see doch nicht. Ja, und jetzt? Muss man möglicherweise diesmal gar nicht die Kiste dort drüben verbrennen? Okay, schön, jetzt sind beide Kisten dort drüben, aber nicht hier unten. Haha. Ein paar Leber sind echt. I don't know. Hm. Es ist ja klar, diese Kiste muss hier nach drüben. Damit man diese Kiste verbrennen kann. Dieser Block bleibt hier bloß einmal bestehen. Sobald man rüber läuft, ist alles verloren. Ah, ne, 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 ne. Hä? Doch. Den geht ja auch so nicht. Man kann ja Kisten eigentlich anzünden. Also sprich. Ich? Hot. Holy shit. Ich hab's geschafft. Hätte ich gar nicht gedacht. Ok. Äh. Nice. Ich habe eigentlich was anderes im Kopf gehabt, aber okay. Gut. So geht's auch. Oh Mann. Und weiter geht's. Safe spot. Sicherer Platz. Hat sie noch recht. Viele. Wow. Okay. Hat noch ein paar Level.